Lalalala Lalalala Lalo 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 Darf nicht denn pläuschen? Na egal Es geht jetzt in die Hülle pennen Ja Ja Lalo Lalo araus Lalo 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 Du sind ganz woanders Also hierramos Dass du es Haha Oh nein, kann man es schlecht machen Ohne Karte ist natürlich immer Hani schon ein bisschen doof Lalalala Der Kumpel soll also dumm rum oder wie's Cap Nein, der ist schau blöd. Ich war mal hell. Merkleber an, einfach. Meister Axelion, er wird niemals verliehen. Denn das wäre mich nicht. Im Sinne Gottes. Hör mal drauf. Hör mal drauf. Hör mal drauf. Und der, 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 der ist verliebt. Kennen wir, der ist auch. Ein Schlag. Aber ein bisschen dämlich. Ich hätte es einfach nur einmal draufhauen. Ja, wenn ich verliebt, dann kann ich das sehr gut draufhauen. Naja, acht Minuten, sieben, sechs Minuten, ja sieben Minuten. Lalalala, Hypnoglaue bloß erhalten. Das sind Items, die ich niemals verwenden werde. Oh, warsch, ne Hypnopetsblut. Nein. Ich werde das jetzt andere aufschneiden. Und dann komme ich, um uns zu helfen. Ja, das andere fliegt, hat Reino in der Kino drum. Ja, ich komme direkt, ja da unten. Ja, ich gehe jetzt zurück. Latschen, latschen, latschen. Latschen, die ich bin verschnitten. Uw. Zitik, da draufhauen. Genau da. Das ist natürlich auch so. Und die Leute, da müssen wir jetzt nicht so viel reden. Aber wir haben schon spät den Abend, weil der nicht Lust da das zu machen. Der hat sich überall Stil gezockt, da diese räudige Affe. Das ist so cool. Da, da, da. Und die Füße... Die Füße... Oh... Das war krass Kante dann... Duh... 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 Höhö... Ich hab da mal enteinander... Enteinander... ...einmal... 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 Laa... ...laa... 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 Und das klockste Lange... Duu... Monster Hunter Freedom United! Uuuh! Ja... ...klar... ...hab die beiden halt einen Stähler im Kopf! oh was ist da ich kann so random rumlaufen Oh man, ich muss nur mehr rollen kann man hier. Die machen scheiße Schaden. Ja, ist noch ein Dreier. Kann ich mich gerade hoch fallen. Und noch einmal. Ja, Mann, dann kann ich noch mehr rollen bei dem Drecks. Das ist voll übel. Komm schon mal. Jetzt möchte ich mal langsam das Bild auf den Boden fallen. Ziele reich. Typ noch wieder gemettet. Elf Minuten. Zwölf Sekunden. Wir haben auch ordentlich geschnitzt. La, la, la. Das ist meine 2. Sechs wird gleich. Wenn wir die Fetts aufgeschnitzen haben. Das wird auch noch. Da, 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 da. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Bis gleich. Schön. Jo, ein wunderschönes. Es ist wunderschön. Jo, Hypno geplättet. Wir bekommen Hypno Reißzahn. WTF. Wir sind random shit. Und Hypno B2A. Und noch Plus, glaube ich. Hypno Hypno beendet. Und, ja, dann wäre die dringende Feste bei der um die gelbe Frau gewesen. Jäger am Hof. Jäger am 7. Jäger. Nichts. Das würde ich auf jeden Fall besuchen. Speichern bitte, speichern schnell. Ich will zurück in die Gilde. Und mir meinen Lohn abholen. So. Die Karte. Man sieht lernen. Unter die Hypno. Neue Ausgabe des Infomagazins Star Random. Äh, nein. Nichts. So. Ich bin auch Gelb. Wiiii. Dadadadada. Dadadadada. Dadadada. Oh, hallo. Du hast Hypnos gesieht. Ja, Chi Quest. Daaa, dankeschön. Und jetzt, ähm, die folgenden Quests. Wir sehen jetzt hier Stufe Chi-Stern, 1-Stern, blablabla und hier können wir jetzt neue Quests machen wie deine Gypsos, Blablabla und viele verschiedene Quests und jo, ich würde sagen, see you next mission. Haut rein Leute und jo, ciao.